Südkorea ist gerade mit Colin Bell als ehemaliger Trainer des 1. FFG Frankfurt ein Team, was gefährlich ist, auch wenn sie eben zweimal verloren haben. So muss die deutsche Nationalmannschaft schon sehr fokussiert sein, um am Ende weiterzukommen. Aber ich glaube schon daran, dass sie am Ende ins Achtelfinale erst einmal einziehen müssen.